1-2-3-1-2-3 ... 42. BMW Berlin Marathon. Wir werden die Dreifache an der Liedmann auf die Strecke geschickt. Wir werden die Dreifache an der Liedmann auf die Strecke geschickt. Wir werden uns aus Kenia, Eliud Kipchoge. Wir werden die Flüssigkeitsdefizite ausgleichen. Willkommen vor allem. Wir haben auch diesen Bereich mit 50.000 Menschen jeweils 42.000. Applaus Applaus